Der Elisabeth-Feen-Kanal. Unendliche Weiten. Inmitten der MK-Baumarktmann. Eine Koryphäe in dem Bereich der hohen Kunst des Lockstoffes der Magen und Würmer. Als zertifizierter Dreckmann-Köter-Partner vertreibt er nicht einfach nur die possierlichen Tierchen. Nein, was zum Beispiel bei Mercedes-AMG ist, das ist bei den Könern der Baumarktchef Jens Mayer. Durch Feintuning ermöglicht der Baumarkt-Tycoon den Anglern noch mehr Fangerlebnisse. Angebot der Woche. Ab sofort haben wir auch Lieblingsköder im Sortiment. Absolut delicious. Der MK-Baumarkt, der ist super. Der Verkäufer, Alter, was ist das für ein Typ? Geiler geht gar nicht. Kann es sein, dass die mit dem MK-Baumarktmann verwandt sind? Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Nein, nein, wie kommen sie da drauf? Seitdem ich meine Köder beim MK-Baumarkt kaufe, weiß ich gar nicht mehr, wohin mit meinen Fischen. Jens, du musst ein bisschen tiefer, sonst sieht man dich im Bild. Oh, da ist ein Dicker. Jawohl! MK-Köder. Am Anfang war das noch interessant, weil man hat mal was gefangen, aber jedes Mal was fangen, jedes Mal Fische putzen. Oh, der hat mir so einen Spaß verdorben an dem Sport. MK-Köder, der fängt einfach besser. Da steht aber Matze Koch drauf. Äh, Männer mit Eier kaufen Köder mit Biss. Das ist unser neuer Madenmischer MK 6100. Das Must-Have für jeden Angler mit kleinem Gepäck. Made in Germany. Der MK-Baumarkt pfeift auf Ladenöffnungszeiten. Im Maromat sind Köder sowie Zubehör immer vorhanden. Und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wow. MK, der mit dem bunten Schubkahn. Du willst große Fische fangen? Dann komm in die Schleusenstraße 156 Regenfeld, Basel. Support your local dealer.